In Warnemünde begann das neue Jahr so, wie das alte aufgehört hatte, mit einem großen Knall, beziehungsweise mehreren. Denn bereits zum 19. Mal fand das Turmleuchten rund um den Warnemündener Leuchtturm statt. In diesem Jahr unter dem Motto Ewigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie in jedem Jahr wurde ein Song live performt. Dieter Hertrampf, besser bekannt als Quaster von den Pudis, gab sich in diesem Jahr die Ehre und sang den Hit Alt wie ein Baum. Alt wie ein Baum geht einer Krone, die weit, 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 die war über Filderzeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine gute halbe Stunde dauerte Europas größtes Neujahresevent und wurde von den rund 90.000 Besuchern mit tosendem Applaus gekrönt.